Cast des Roman-Herzog-Instituts. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Tina Mayer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist. Der größere Teil der Menschen lebt in Asien, nicht in Europa. Und was 80 Millionen Deutsche denken, ist vielleicht gar nicht so relevant, wenn anderthalb Milliarden Chinesen andere Pläne haben. Neugierde im wörtlichen Sinne, also Gier auf Neues. Finde ich ganz wichtig, dass man das ständig hat. Wir brauchen mehr Kompetenz, in diesem Fall für Asien. Und das müssen wir unbedingt ausbauen, denn es wird uns hier betreffen. Und wir können nicht sagen, wie das früher hieß, als ich jung war, wenn in Peking ein Sack Reis umfällt. Was interessiert das mich? Wenn er heute dort umfällt, habe ich das morgen im DAX abgebildet. Mein Name ist Tina Mayer-Schneider. Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Ich bin hier wissenschaftliche Referentin. Und mit diesem Podcast bringe ich Menschen nach vorne, die mit ihren Ideen und Wirken etwas bewegen. Heute ist der Sinologe Manuel Vermeer im Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut zu Gast. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Prof. Dr. Manuel Vermeer studierte Moderne und Klassische Sinologie sowie Spanische Romanistik an der Universität Heidelberg und an der Shanghai International Studies University. Er promovierte an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz zu einem Thema moderner chinesischer Wirtschaftspolitik, der Sonderwirtschaftszone Hainan. Neben seiner Lehrtätigkeit arbeitet er als Unternehmensberater, ist als Dolmetscher tätig und bildet diese auch aus. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, mit Ihnen über Ihren Werdegang zu sprechen. Nochmal herzlich willkommen. Herr Vermeer, die interkulturelle Kompetenz ist ja schon irgendwie in Ihren Wurzeln angelegt. Ihr Vater ist gebürtiger Deutscher, Westfale. Ihre Mutter kommt aus Indien. Hatten Sie so einen Clash of Cultures schon von früh an bei sich zu Hause? Es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel interkulturell eigentlich gelebt haben. Also das Sauerland kam jetzt weniger durch. Da stammt mein Vater her. Ich bin auch selbst in Iserlohn geboren. Sind dann aber sehr früh nach Heidelberg gezogen und insofern in Heidelberg sozialisiert. Aber zu Hause war es natürlich immer so indische Mutter, deutscher Vater. Meine Eltern haben untereinander immer Englisch gesprochen. Immer. Obwohl mein Vater auch indische Sprachen sprach. Zu uns aber Deutsch. Sodass wir tatsächlich am Mittagstisch oder am Abendbrottisch immer zwischen diesen beiden Sprachen wechselten. Meine Eltern, mein Vater sagte einen Satz auf Englisch zu seiner Frau und dann switchte er auf Deutsch, um mit uns zu sprechen. Insofern, das war schon mal natürlich ganz anders als bei unseren Freunden, die das alle sehr seltsam fanden, wenn sie zu Besuch waren. Und das hat sich natürlich in ganz viele Bereiche ausgewirkt. Über Religion, über Verhalten, über Erziehungsmaßnahmen. Also ja, ich glaube, das Interkulturelle lag mir schon von Anfang an. Können Sie eine indische Sprache mit Ihrer Mutter sprechen? Nein, leider nicht. Meine Mutter spricht mehrere indische Sprachen, wie fast alle Inder, weil Indien eben kein Land ist, das eine große Nationalsprache hat, sondern sehr, sehr viele. Und eigentlich spricht sie Gujarati, aber natürlich auch Hindi und andere Sprachen. Und unsere Eltern haben uns eben mit Englisch und Deutsch erzogen. Also ich kann ein paar Worte verstehen, Gujarati. Ich habe auch Hindi-Kurse belegt. Aber das reicht wirklich nur, um einen Lacherfolg in Indien hervorzurufen. Aber nicht zur Verständigung. Aber Sie haben ein großes Sprachtalent, wie schon in der Kurzvorstellung hervorgegangen ist. Bevor wir darüber reden, aber wenn Sie uns ein bisschen Einblick noch an Ihren Tisch zu Hause geben wollen oder an das, wie Ihre Eltern sich begegnet sind. Und wie, das ist eine ungewöhnliche Zeit ja damals noch, als Ihre Eltern geheiratet haben wahrscheinlich, wie sind Sie sich begegnet? Ja, meine Mutter eben aus Bombay, aus Indien stammend, kam zunächst an die indische Botschaft in Deutschland. Bonn war damals die Hauptstadt, also hat sie in Bonn gearbeitet und kam dann zum Studium der Germanistik nach Heidelberg, an die Universität Heidelberg, wo mein Vater als Dozent lehrte. Und da haben sie sich dann kennengelernt. Mein Vater war dann später auch Professor für Sprachwissenschaft, für Linguistik. Und ja, aus diesem Joint Venture entstanden dann drei Kinder. Ich habe einen jüngeren Bruder, eine ältere Schwester. Und insofern war zu Hause immer sehr viel los, fünf Personen am Tisch. Mein Vater natürlich als Hochschulprofessor mit sehr viel Bürokratie auch befasst. Also da habe ich auch sehr früh gelernt, wie universitäres Handeln geht und wie viel Ärger und Probleme man auch in Gremien und Kommissionen hat, statt das zu tun, was man eigentlich wirklich möchte, lehren und sich mit Wissenschaft befassen. Meine Mutter kam aus einem Haushalt, wie sehr viele Inder, in dem man üblicherweise auch, ich sage mal auf Deutsch, Bedienstete hat, also Servants. Das heißt nicht unbedingt, dass man reich ist, sondern in Indien sind die so günstig, wenn ich das mal so formulieren darf, dass viele Familien das haben. Also sie hat in ihrem Leben noch nie gekocht oder die Gardinen gewaschen oder die Kartoffeln geschnitten, was die gute deutsche Hausfrau eben so tat. Und da musste dann bei meiner Oma, also ihrer Schwiegermutter, erstmal in die Lehre gehen gewissermaßen und lernen, wie man einen deutschen Haushalt führt. Und versuchen, Deutsch zu kochen. Denn das Indische, das war natürlich in einem deutschen Haushalt erstmal schwierig. Also sehr viel Interkulturelles, sehr viel los, sehr viel fremde Einflüsse, in der Schule immer viel zu erzählen. In den Ferien sind wir nach Indien gefahren, zur Großmutter und Großvater, haben dort gelebt und nicht wie meine Freunde alle nach St. Peter-Ording oder an die Riviera. Insofern ja, ich glaube eine sehr ungewöhnliche Kindheit. Wie haben Sie das als Kind erlebt, in Indien zu sein, in Bombay? Es war super spannend einfach. Wir sind mit, ich glaube es war Kuwait Airlines geflogen, also dann auch nachts um drei irgendwo im arabischen Wüstenstadt ausgestiegen für ein Stopover. Und dann diese Männer in ihren langen weißen Gewändern. Und diese Bilder habe ich noch im Kopf. Es war damals ja, ich bin 1961 geboren, also sehr früh sind wir nach Indien geflogen. Es ist ja alles sehr ungewöhnlich. Und ja, wir haben ein sehr, sehr großes Haus in Bombay, das wir als Familie immer noch haben. Haben da auf der Dachterrasse gespielt, sind durch die Stadt gegangen mit unseren Verwandten, haben sehr, sehr ungewöhnliche Sachen erlebt. Also wenn ich einfach mal ein Beispiel geben darf, es gibt in Bombay eine religiöse Minderheit, die Parsen. Persien ursprünglich, wie der Name sagt. Zoroaster, Feuerbewahrer. Und die kamen nach Indien, als der Islam nach Persien kam. Und bei den Parsen darf man die Leichen nicht verbrennen, weil man damit eben die Luft verschmutzt, spirituell. Und auch nicht begraben, weil man den Boden beschmutzt. Das heißt, es gibt im Süden Bombays einen großen Park, da gibt es zwei Towers of Silence, Türme des Schweigens. Da werden die toten Parsen hingebracht und die werden dann in kleine Stücke geschnitten. Und dann kommen die Geier und bekommen das Fleisch und die Hunde bekommen die Knochen. Und dann ist man restlos, nachhaltig, umweltfreundlich entsorgt und es gibt auch keine Krankheiten. Und dieser Park befindet sich tatsächlich genau gegenüber von unserem Haus, sodass man als Kind dann vielleicht auf der Terrasse spielt und dann sagt, guck mal Oma, ich habe ja was gefunden, was so ein Geier unterwegs verloren hat. Und wenn Sie sich das vorstellen, dann haben Sie natürlich in der Schule andere Dinge zu erzählen, als die anderen, die am Strand waren. Ja, lebhaft kann ich mir das vorstellen. Nein, also ganz besonders. Jetzt haben wir viel über Indien gesprochen. In Ihrer Hochschullehre liegt Ihr Schwerpunkt und Ihre Kompetenz aber ganz stark auf dem Land China. Wie sind Sie zu China gekommen? Ja, mein Vater war eben Sprachwissenschaftler und auf einem ganz anderen Level. Also er sprach ungefähr 20 Sprachen und tatsächlich sprechen, so wie wir jetzt Deutsch sprechen. Ich war mit ihm in fast allen Ländern Europas und er konnte sich überall perfekt unterhalten. Er sprach mehrere indische Sprachen, hat ein Hindi-deutsches Wörterbuch geschrieben und Ähnliches. Und da können Sie sich vorstellen, dass für einen Sohn nicht viel bleibt, um sich da noch abzugrenzen von dem Vater, wenn man in der gleichen Richtung unterwegs ist. Mein Bruder ist Schauspieler geworden, also auch im sprachlichen Bereich unterwegs. Und dann habe ich mir eine Sprache gesucht, die eben sonst keiner kann und vor allem auch mein Vater nicht. Und da bietet sich natürlich an Chinesisch, Arabisch, Japanisch, so etwas doch sehr Exotisches. Und in Heidelberg gab es die Sinologie, also Chinesisch. Dann habe ich einfach nach dem Abitur, wie viele nicht gewusst, was will ich werden. Ich wusste eigentlich nur, was ich nicht werden will. Medizin, BWL, Jura hat mich nicht interessiert. Und dann habe ich mir eine Sprache ausgesucht, Chinesisch. Dann haben noch einige Freunde gesagt, das ist so schwer, das kannst du sowieso nicht lernen. Und da war eigentlich klar, jetzt mache ich es. Also relativ sinnfrei, nicht beruflich zielstrebig, sondern nur, weil andere gesagt haben, das schaffst du nicht, habe ich es dann getan. Und so kam ich zu China, Universität Heidelberg. Chinesisch war natürlich sehr ungewöhnlich. Wir waren schon 20, 30 Studierende im ersten Semester. Aber den Master habe ich dann eigentlich völlig alleine gemacht, weil einfach keiner mehr da war. Also ich kann immer sagen, ich bin der Jahrgangsbeste, aber genau genommen war ich auch der Einzige. Woran liegt das an der Herausforderung, die die Sprache stellt, dem Schriftbild, den Zeichen? Ja, es ist natürlich eine hohe Herausforderung, ein extrem hohes Lernpensum. Und damals, Sie müssen sich vorstellen, das war Anfang der 80er Jahre, ich habe 1979 in Heidelberg begonnen, gab es ja auch keine Berufsaussichten. Was wollte man denn damit werden? Also die Motivation war durchweg intrinsisch. Von außen kam eigentlich nichts. Es war klar, man wird sicher nicht in dem Beruf arbeiten können, weil es auch keine Geschäftsbeziehungen gab mit China oder praktisch keine. Und insofern, wir haben dann auch noch mit klassischem Chinesisch begonnen. Also wir haben wirklich Konfuzius im Original gelesen. Das ist aus meiner Sicht alles sehr spannend, aber für viele dann doch ein bisschen schräg. Brotlos, sehr anstrengend. Also wenn Sie sich vorstellen, alte konfuzianische Texte im Original, da gab es auch keine Interpunktion. Also man weiß gar nicht, wo fängt der Satz an, wo hört er auf. Und man hat uns dann japanische Paraphrasen gegeben, also den gleichen Text nochmal auf japanisch daneben gelegt, damit wir wissen, wie die Sätze aufhören und anfangen. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo viele sagen, jetzt steige ich aus. Ich fand das einfach spannend. Und natürlich die Aussicht, mal nach China zu kommen, war interessant. Und dann hatten wir 1982 die Möglichkeit, nach China zu fahren im Rahmen eines Austausches. Universität Heidelberg mit dem Shanghai, mit dem Shanghaier Fremdspracheninstitut. Ja, und dann fuhren vier von uns, drei Kommilitoninnen und ich, tatsächlich nach China. Und wir fuhren, also im Zug. Wir sind in Heidelberg ins Reisebüro gegangen und haben gesagt, wir hätten gerne viermal zweiter Klasse Shanghai. Und dann wurde da eine Dame abgestellt. Das war ein Abenteuer. Zwei Wochen mit dem Zug durch Polen, durch Russland, Sowjetunion damals, und dann durch die Mongolei oder außenrum. Zwei Wochen, bis wir dann in Shanghai ankamen. Also ein Abenteuer pur, von dem ich heute noch zehre. Ich merke hier richtig, wenn wir miteinander sprechen, dieses Abenteuer, dieses Fremde, das ist so wirklich ihr Ding. Und ihre Leidenschaft. Aber Sie sind ja auch nicht nur dabei geblieben. Jetzt wollten Sie was sagen. Ich habe Sie unterbrochen. Nein, ich wollte nur sagen, ich mache das heute ja noch. Also ich bin später viel gereist, auch in der Wüste Gobi, in der Taklamakan in China. Ich war in Tibet am Basecamp von Mount Everest. Und noch weiter im Westen habe ich Tracking gemacht auf 6000 Metern. Und gerade jetzt vor vier Jahren, also gar nicht so lange her. Ich habe immer Malaria im Dschungel von Borneo. Also ich mag diese Abenteuer und finde es auch sehr spannend. Das wollte ich nur noch ergänzen. Jetzt ist es so, dass Sie nicht nur die Sprache studiert haben, sondern auch als Dolmetscher tätig sind. Sie bilden auch andere Dolmetscher aus. Erlauben Sie mir noch kurz die Nebenbemerkung zu Ihrem Vater. Also Ihr Vater war ja wohl sprachlich ein Ausnahmetalent und hat auch diese Wissenschaft des Dolmetschens in das Deutsche institutionalisiert und in Organisationen gebracht. Das, finde ich, soll an der Stelle noch erwähnt sein. Die Handelsbeziehungen zu China haben sich geändert in den folgenden 80er und 90er Jahren. Und in den 80er Jahren, als der chinesische Ministerpräsident und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas bei Bundeskanzler Kohl zu Besuch waren, waren Sie Dolmetscher. Wie haben Sie das erlebt? Ja, wir waren Studierende der chinesischen Sprache eben. Ich war 1982, 83 in Shanghai zum Studium, kam dann zurück, habe an meinem Magister gearbeitet, wie das damals hieß, Magister Arzium. Und dann rief das Kanzleramt an, genau genommen das Bundespresseamt, und sagte, wir brauchen dringend Dolmetscher für die chinesische Sprache, weil wir eben einen Staatsbesuch aus China haben. Und es gab in Deutschland kaum Menschen, die chinesisch konnten, außer zwei Dolmetschern des Auswärtigen Amtes. Und dann hat unser Assistent gefragt, wer möchte das machen? Und ich dachte, wunderbar, es gibt, ich glaube, es waren 100 Mark am Tag, es ist eine spannende Aufgabe, ich mache das jetzt einmal. Ich habe ja auch nichts zu verlieren, ich bin ja niemand. Und so stand man da als kleiner Student, ich musste erst mal eine Krawatte kaufen gehen. Plötzlich in Bonn, neben Herrn Kohl, Herr von Weizsäcker, Herrn Genscher, den ganzen Politikern, wir sind mit Hubschrauben des Bundesgrenzschutzes zum Volkswagen-Chef geflogen. Wir waren am Starnberger See bei Franz Josef Strauß. Also unglaublich spannende Persönlichkeiten, die man auch aus dem Fernsehen kannte. Und dann stand der kleine Manuel daneben als Dolmetscher, hat Blut und Wasser geschwitzt und hat versucht, dafür zu sorgen, dass die diplomatischen Beziehungen nicht ganz abgebrochen werden. Weil wir natürlich auch nicht für so etwas ausgebildet waren. Wir waren ja keine Dolmetscher, sondern wir sprachen eben ein wenig Chinesisch. Und das ist ja eine völlig andere Qualifikation. Alle, die mir hier zuhören und sich damit auskennen, wissen, dass zwei Sprachen können, nichts damit zu tun hat, zu dolmetschen. Insofern ging das oft mehr schlecht als recht. Aber ich war meist der einzige im Raum, der beide Sprachen halbwegs konnte. Und es gab damals ja keine Software, keine Wörterbücher online und kein Hilfsmittel. Also ich saß da mit einem dicken, damals roten Wörterbuch. Und wenn ich eine Vokabel nicht wusste, dann musste Herr Genscher eben warten, bis ich sie nachgeschlagen hatte. Was man sich heute so gar nicht mehr vorstellen kann. Aber das war tatsächlich der Fall. Also sehr, sehr spannend. Und war sicher einer der wichtigen Punkte in meinem Leben, weil ich daraus sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen habe. Und auch daraus dann später mehr gemacht habe in meinem beruflichen Werdegang. Ich dolmetsche heute nicht mehr. Und die Ausbildung mache ich auch nicht mehr. Das war damals in Germersheim. Da gibt es eben eine Möglichkeit, Übersetzer für Chinesisch auszubilden. Das habe ich jahrelang getan. Das mache ich heute nicht mehr. Dafür bin ich einfach nicht mehr gut genug. Jetzt ist es so, im Englischen ist der Dolmetscher ja eigentlich der Interpreter. Also der, der, wenn wir es mal so übersetzen, auch interpretiert. Das heißt, der, der die Worte transportiert, weiß auch um die kulturellen Kontexte, in die diese Worte eingebettet sind und mit welcher Zielsetzung sie gegebenenfalls genutzt werden. Besonders eben vielleicht in Staaten wie China, Japan, wo wir so ein Bild haben, dass es da ganz starke Linien einer Verhandlungssprache, einer bürokratischen Sprache gibt, die wir ja auch in Frankreich haben. Auf Netflix läuft gerade The Crown. Boris Yeltsin ist zu Besuch bei der Queen. Und Boris Yeltsin beschimpft die Queen aufs Übelste. Der Übersetzer sagt nichts davon weiter. Ist Ihnen sowas auch schon mal passiert? In ähnlicher Weise schon. Also das ist auch einer der Verdienste, der vielen Verdienste meines Vaters, dass er in der Translationswissenschaft die Skopos-Theorie einführte. Also es geht darum, dass man Vokabeln natürlich nicht wörtlich übersetzt, sondern den Sinn, was möchte der eine hinüberbringen. Und insofern muss man beim Dolmetschen sehr genau schauen, übersetze ich die Vokabeln oder tatsächlich den Sinn und den Zweck. Und es ist zum Beispiel im Chinesischen so, dass es eigentlich kein Wort für Ja gibt. Und das Wort für Nein ist sehr unhöflich. Das sagt man nicht alleine. Also Bu heißt Nein auf Chinesisch. Und das sage ich nicht alleine. Das muss ich ein bisschen abschwächen, weil es uns sehr unhöflich wirkt. Und Deutsche sagen nun sehr gerne Ja und Nein, weil sie eben so sind. Aber nicht, weil sie unhöflich sind, sondern weil sie deutsch sind. Das ist nun mal das Gleiche. Und wenn also der Chineser den deutschen Kanzler oder Minister etwas fragt und der Deutsche sagt Nein, dann würde ich im Chinesischen nicht einfach ein Bu machen. Denn dann denkt der Chineser, Deutsche ist unhöflich. Und das ist er ja nicht. Sondern Herr Kohl ist eben deutsch. Insofern muss man das abschwächen, anders formulieren. Also ich finde es nicht korrekt, wenn in Ihrem Beispiel, Herr Jelsin, die Queen beschimpft und es wird gar nicht übersetzt. Denn er möchte damit etwas ausdrücken. Und ich finde, das sollte man rüberbringen. Das muss die Queen entscheiden und nicht der Dolmetscher. Aber die Frage ist natürlich schon, mit welcher Wortwahl. Und da muss der Dolmetscher eben, wie Sie richtig sagen, mehr als Interpreter gefragt, als Mediator vielleicht auch, als Überbringer der Botschaft und nicht der Vokabeln. Und das ist natürlich auch etwas, was heutzutage, wo wir technische Hilfsmittel haben, von Google Translator, DeepL, was auch immer, ein Problem, weil diese Hilfsmittel die Vokabeln übersetzen, aber natürlich nicht unbedingt die Botschaft. Und das kann gefährlich werden, auf diplomatischer Ebene. Und das hatte ich sehr oft in meiner Arbeit als Dolmetscher, dass ich gut überlegen musste, wie mache ich das jetzt so, damit das so ankommt, wie es gemeint war. Und nicht das, was gesagt wurde. Beschäftigen Sie sich vorher, also wenn ich in den Zeit nochmal zurückgehen kann, als Sie gedolmetscht haben, beschäftigen Sie sich vorher mit den Persönlichkeiten, für die Sie dolmetschen sollen? Das ist meistens einfach unrealistisch, weil man die Zeit nicht hat. Also man bekommt einen Auftrag und dann geht man dahin. Und damals in den 80ern konnte man auch die Person nicht googeln. Also wie sollte ich mich denn damit beschäftigen? Und dann hat man eben versucht, das möglichst gut zu machen. Manchmal hatte man ein wenig Zeit und konnte vorher zumindest Vokabeln zusammenstellen. Das war ja auch schon gar nicht so einfach. Aber ich habe dann in Hamburg bei einem Senator gedolmetscht. Ich hatte am Abend vorher die Rede bekommen und habe sie die Nacht über übersetzt und geübt. Und dann stellt er sich hin und sagt, so, ich habe hier eine Rede vorbereitet, aber wissen Sie, eigentlich würde ich gerne über etwas völlig anderes reden. Und dann hat er aus dem Stehgreif eine völlig andere Rede gehalten. Und da kommen Sie als Dolmetscher. Und ich war ja eben Laie, also ein Student. Da kommen Sie ordentlich ins Schwitzen. Wir müssen schon schauen. Und dann ist eine Kamera dabei, das chinesische Fernsehen war dabei. Und ich kann nur hoffen, dass diese Unterlagen alle vernichtet wurden und nie ans Tageslicht kommen, weil das war sicher ganz furchtbar. Drei Sachen, bei denen man immer alles falsch machen kann, sind ja Schenken, Verhandeln und Essen. Jetzt stelle ich mir das im Kontext gerade mit China und Indien als ganz besonders herausfordernd vor. Wo würden Sie sagen, ist es am schwierigsten? In welchem Bereich? Also Verhandeln ist natürlich mit Chinesen äußerst schwierig, insofern, als wir wenig, immer noch sehr wenig China-Kompetenz haben in Deutschland und sehr wenig über diese Menschen wissen. Per se sind das alles Menschen, die ein bestimmtes Ziel haben. Und damit kann man gut umgehen. Aber es gibt eben sehr viele Klischees von undurchsichtigen chinesischen Verhandlungsstrategien und Strategämen und Chinesen lächeln. Und alles mögliche an Klischees, wenn man sich damit beschäftigt, glaube ich, kann man das sehr gut machen. Beim Schenken Dito. Natürlich gibt es Geschenke, die man nicht geben sollte, aber darüber kann man sich informieren. Aber wenn, wie vor wenigen Jahren geschehen, sogar Frau Merkel noch dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping ein völlig unpassendes Geschenk macht, dann ist das schon bedenklich. Das war eben eine alte Landkarte Chinas. An und für sich keine schlechte Idee. Das habe ich auch schon geschenkt, weil man sowas in China auch gar nicht unbedingt kaufen kann. Aber sie war eben aus einer Zeit, als Taiwan und Tibet eigenständige Staaten waren. Und wenn die deutsche Kanzlerin dem Chinesen eine Karte schenkt, auf dem Tibet ein eigenes Staat ist, dann ist das aus chinesischer Sicht eine Botschaft. Was will Frau Merkel uns damit sagen? Und Frau Merkel wollte gar nichts damit sagen, weil sie es natürlich nicht wusste. Und da war sie vom, ich schätze mal, vom Protokollchef des Aussagenamtes entsprechend schlecht beraten. Und sowas passiert immer wieder. Unangemessene Geschenke, unangemessene Verhaltensweisen. Aber eigentlich ist es immer zurückzuführen auf mangelnde Kompetenz. Und das könnte man ändern. Wir haben sehr viel China-Kompetenz in Deutschland, in verschiedenen Hochschulen, Institutionen. Aber sie wird von Politikern meist nicht abgerufen. In meiner Unternehmensberatung ist das anders. Die Firmen können es sich nicht leisten, solche Fehler zu machen. Die informieren sich. Ich mache sehr viele Trainings und Schulungen für China und Indien für Unternehmen. Aber Politiker sind doch oft sehr beratungsresistent oder qua Amt schon qualifiziert. Und das ist schon ein Problem. Und beim Essen haben Sie mal in einem Fokus-Interview gesagt, wenn Sie nicht fragen, was es ist, wird Ihnen alles schmecken. Ja, das ist ja die Grundregel. Never ask. Also wenn es gut war, ist es in Ordnung. Und gerade in China sind Sie ja schon froh, wenn das Essen nicht wegläuft, während Sie es essen. Also das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Sie essen etwas, es schmeckt und dann ist gut. Einfach den Mantel des Schweigens darüber hüllen. Und es schmeckt im Allgemeinen sehr gut. Wir dürfen nur nicht mit unseren Vorstellungen. Also das Gehirn isst eben mit. Das ist das Problem. Also es schmeckt fast alles gut. In Indien sowieso ist es meistens Vegetarian Food. Sowieso fantastisch. Ja, das sind alles Probleme, die man lösen kann, wenn man sich interessiert und wenn man versucht, da Kompetenz zu bekommen. Das Interesse ist wirklich, wirklich so zu spüren hier für mich im Raum. Wenn wir jetzt noch mal in Musikkategorien denken. Es gibt ja Musik, die funktioniert überall auf der Welt. Komischer oder interessanterweise. Sie lieben auch Musik und Bands. Pink Floyd, glaube ich, interessiert Sie ganz besonders. Können Sie aus interkultureller Sicht vielleicht uns erklären, warum Pink Floyd tatsächlich überall auf der Welt gehört werden kann oder die Menschen es als gut empfinden? Ja, das ist jetzt wirklich mal eine Frage, die ich noch nie hatte. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Pink Floyd überall auf der Welt funktioniert. Ich mag sie sehr, ja, natürlich. Altersbedingt vielleicht auch aus dieser Zeit. Ich weiß gar nicht, ob Pink Floyd in China wirklich so gut ankäme. Das haben sie ja nie gespielt. Was sicher eher völkerverbindend ist, ist die Klassik. Also die deutsche Klassik. Auch in China hört man Beethoven und Bach und die üblichen Verdächtigen. Und da gibt es sicher gewisse Grundmelodien, die interkulturell funktionieren. In Indien ist das noch mal ein bisschen anders. Tatsächlich habe ich Chinesen noch kein Pink Floyd vorgespielt. Ich werde das jetzt mal nehmen als Anregung, was sie mir hier sagen. Und die Dark Side of the Moon oder die Wish We're Here spielen. Das wäre sicher mal spannend. Ich denke prinzipiell, dass Musik ein völkerverbindendes Medium ist. Und dass wir damit, ich war oft in Konzerten, auch klassischen Konzerten mit Chinesen, auch schon in den 80er Jahren hier, bei Karajan und Ähnlichem. Und das hat ihnen immer sehr gut gefallen. Andere Musik, die ich auch gerne höre, ist dann sicher schon schwieriger. Sei es auch nur Udo Lindenberg oder Ähnliches. Das ist dann, glaube ich, etwas schwer zu vermitteln und sehr individuell. Chinesen lassen sich auch oft in klassischer Musik ja ausbilden. Also das ist eine Karriere, die interessant ist. Haben Sie dafür eine Erklärung? Gibt es da was, was auch reizt, wenn Sie sagen, besonders gerade an deutscher Klassik einer bestimmten Zeit, verbindet man auch mit der Epoche etwas oder spricht einem das an in der Fertigkeit? Also prinzipiell haben wir als Deutsche ein manchmal erstaunlich hohes Ansehen in vielen Ländern der Welt, auch in China, auch in Indien. Liegt auch daran, dass wir dort nicht wirklich viel Schlimmes getan haben, im Gegensatz zu einigen anderen Völkern, die da noch kolonialistischer auftraten als wir. Man hat ein sehr hohes Bild von der deutschen Geschichte, von Bildung, von Literatur und Musik, also Goethe und Schiller, die ganze Weimar-Epoche, die Klassik, dann aber auch natürlich, wie ich eben schon sagte, Beethoven und Bach und Mozart. Da wird jetzt Deutschland und Österreich ein bisschen zusammengeworfen. Und das alles steht sehr, sehr hoch im Kurs. Und das hört man gerne und man liest es auch. Und es gibt auch zehn verschiedene Kafka-Übersetzungen ins Chinesische und es gibt Goethe. Also prinzipiell Deutschland, deutsche Bildung als hohes Gut betrachtet, mit der man sich gerne schmückt. Und auch erstaunlich viele Chinesen in dieser Hinsicht erstaunlich gebildet sind, wenn wir das mit Deutschland vergleichen, was die über China wissen. Es gab Gespräche zwischen Joschka Fischer und dem damaligen chinesischen Außenminister, die sich über ein bestimmtes Thema unterhielten. Und dann hat eben der Chinese Herder zitiert und Hegel und hat eigentlich Joschka Fischer mit Hegel da Argumente entgegengeworfen. Stellen Sie sich mal vor, ein Deutscher könnte einen chinesischen Philosophen zitieren. Das können wir schlicht nicht. Und da hat China ja eine unglaubliche Vielfalt und eine Tiefe zu bieten an Philosophie und Literatur seit 3000 Jahren. Dann schält man sich fast, wie wenig wir über dieses Land wissen oder auch über Indien und indische Dichter und Künstler. Wie viel könnten denn unsere Zuhörer jetzt hier spontan aus Indien nennen und was diese Völker über uns wissen. Was motiviert Ihre Studierenden heute, sich denn mit China und Synologie zu beschäftigen? Also ich lehre am Ostasen-Institut der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Das habe ich vor vielen Jahren 1988 mit einem Kollegen zusammen gegründet. Und da studieren meine Studierenden Betriebswirtschaft plus Chinesisch oder Japanisch oder Koreanisch. Wir haben diese drei Möglichkeiten. Und da sind es für viele schon primär die Berufsaussichten. Man braucht Leute, die sich mit diesen Ländern auskennen. Es gibt sehr viele wirtschaftliche Verbindungen natürlich, sehr viele Firmen, die dort arbeiten. Und das ist für viele der Hauptmotivator. Manchmal sind die Ursprünge ganz witzig. Die kommen dann an und sagen, ich lese gerne Mangas und deswegen möchte ich Japanisch lernen oder ich mag gerne koreanische K-Pop-Bands und diese Boy-Bands und komme dann zu Koreanisch. Aber letztlich geht es darum, dass ich damit für eine Firma arbeiten möchte in Deutschland oder in China, Japan, Korea. Und das motiviert sie. Und wir haben die Besonderheit, dass unser Studiengang Bachelor of Science vier Jahre dauert, zwei Jahre bei uns. Ein Jahr schicke ich sie nach China oder Japan oder Korea und dann das vierte wieder bei uns. Das heißt, jeder Studierende, jede Studierende hat mindestens ein Jahr in diesem Land zu verbringen. Inklusive Kulturschock, seltsamem Essen, alles was einem so begegnet. Und das ist, glaube ich, für viele eine Hauptmotivation. Ich habe die Chance, ein Jahr in China zu leben. Wo bekomme ich das denn? Das heißt, ganz konkret unterstützen Sie an Ihrem Institut die jungen Studierenden, auch diese Möglichkeiten wahrzunehmen? Sie müssen. Also es ist Pflicht, ein Jahr dort hinzugehen. Das ist momentan durch Corona bei China etwas schwierig. Dann schicken wir sie in andere Länder. Also ich habe jetzt einen Studenten nach Indien geschickt, der in Indien auch Chinesisch lernt, weil ich da an einer indischen Universität einen Masterstudiengang, Chinesisch, implementiert habe und dort auch lehre. Und den habe ich da hingebracht. Und dann ist Indien im Lebenslauf immer noch spannender als Ludwigshafen, mit Verlaub. Und von daher schicke ich meine Studierenden gerne irgendwo in die Welt, um auch einen Blick auf Deutschland zu bekommen, von außen. Um andere Völker kennenzulernen und gar nicht erst auf seltsame Gedanken zu kommen von Überlegenheit bestimmter Kulturen, Regionen, Gebiete. Das können wir uns nicht leisten. Jetzt ist Ludwigshafen ja schon gefallen, aber jetzt noch mal weiter weg von Ludwigshafen in ihrer Heimat Wiesloch und Umgebung. Da sind Sie nämlich auf Autorenlesungen ganz aktuell auch unterwegs, denn Ihre ganzen Eindrücke sind auch eingeflossen in eine Krimi-Reihe. Wollen Sie dazu noch ein bisschen was mit uns teilen? Der erste Teil heißt Mit dem Wasser kommt der Tod. Inzwischen sind wir schon beim vierten Band am Seidenen Faden und es geht um eine deutsche Ingenieurin, Dr. Cora Remi, die die Welt bereist, entdeckt. Und was tut sie noch? Ja, natürlich möchte ich das mit Ihnen teilen. Ich wäre ein schlechter Autor, wenn ich das nicht wollte. Dann muss ich mal meine Bücher verkaufen. Ich lese natürlich sehr, sehr viel, auch über Asien und bin auch oft unzufrieden mit dem, was andere so schreiben, wie der Mann das so ist in seiner Bubble und Arroganz. Und irgendwann sagte dann meine Frau auch, ich schimpfe nicht so viel über andere Bücher, mach es besser. Ja, und mit diesem sanften Druck von zu Hause habe ich dann mich mal an einem Krimi versucht. Ich hatte schon Sachbücher geschrieben, habe ein Buch aus dem Chinesischen übersetzt, habe Langenscheid Sprachführer geschrieben. Aber ein Krimi ist natürlich etwas völlig anderes, eine andere Konstruktion. Wo fange ich eigentlich an am Anfang und nachher muss es irgendwie zusammenpassen? Da gehe ich vom Ende nach vorne und hoffe, dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Und habe es dann einfach mal versucht. Ich habe eine Heldin erfunden, also eine junge deutsche Frau, jung, schön, stark, schlau. Einfach eine Durchschnittsfrau, die Ingenieurin ist, durch die Welt reist und Abenteuer erlebt. Und im ersten Band kommt sie nach Tibet, also erst nach China und dann nach Tibet. Beruflich, weil sie Hydroingenieurin ist, also mit Wasserkraft zu tun hat. Und Tibet ist als das Dach der Welt bekannt. Das heißt, die großen Flüsse Asiens in China, aber auch in Indien, in Südostasien entspringen alle in Tibet. Das heißt, der Gelbe Fluss, der Yangtze, der Brahmaputra, der Ganges, der Mekong. Und insofern sitzt China, denn Tibet ist nun mal China, am Wasserhahn für vier Milliarden Menschen. Das ist schon eine sehr spannende Konstruktion, von der wir hier auch wenig wissen. Und meine Cora wird da in ein Abenteuer hineingebracht. Sie ist dann auch im Basecamp in Mount Everest, da findet dann Mord statt. Und das ist sehr viel Action und Spannung und auch ein wenig Liebe natürlich. Auf sanften Druck von zu Hause. Ist so ein bisschen James Bond auch, oder? Es ist schon James Bond, ja. Damit wir hier das Genre noch so ein bisschen eingrenzen können. Aber mit sehr viel Wissen. Also es ist tatsächlich nicht nur jetzt irgendwie Action, sondern man lernt sehr viel über China, Tibet, Indien, über die geografischen, kulturellen, wirtschaftlichen Gegebenheiten und eben auch über die Wasserthematik, also ein Umweltthema. Im zweiten Band ging es dann, oder geht es um den Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz. Den musste Frau Dreyer verkaufen. Dann haben sich Chinesen gemeldet, wollten den kaufen. Das war dann, da ist die Betrüger fast aufgesessen. Naja, China, Flughafen, Rheinland-Pfalz, ich leere Ludwigshafen, war klar. Da musste ein Krimi draus gemacht werden. Im dritten Band habe ich dann die Sandmafia aufgegriffen. Wir haben in Bombay bei uns eine sehr starke Sandmafia. Es gibt tatsächlich nicht genug Sand auf der Welt, um zu bauen. Sie brauchen zum Bauen, also für Beton brauchen sie Sand. Und davon gibt es nicht genug vorhandenen Wüstensand, können sie nicht verwenden. Der ist nicht geeignet von seiner Konsistenz und Form her. Sie brauchen Fluss- oder Meeressand und ähnliches. Sodass die Araber zum Beispiel in Dubai für ihren Burj Al-Khalif und ähnliches Hunderte von Millionen Tonnen von Sand importieren. Also Sand ist ein Gut, ein Milliardengeschäft. Da gibt es eine entsprechende Mafia in Indien, in Afrika, überall auf der Welt. Und daraus habe ich dann den nächsten Krimi gemacht. Meine Cora fliegt nach Indien. Da hat sie einen indischen Freund, Ganesh. Da spielt sich natürlich romantisch auch ein bisschen etwas ab. Und ja, er lebt Abenteuer am Taj Mahal. Er wird gefangen. Sie wird in den Slums von Bombay gefangen gehalten. Also es sind alles auch Orte, die ich selber bereist habe. Ich war mehrfach in Tibet. Ich war natürlich in Indien und China. Am Taj Mahal, in den Slums. Ich berichte das alles authentisch. Das stimmt also alles auch, was in diesen Büchern steht. Das Einzige, was ich erfunden habe, ist eben meine traumhafte Heldin, die ein bisschen mehr kann als alle anderen. Und das ist, glaube ich, auch in Ordnung so. Und jetzt im vierten Band, der ist gerade erschienen, im September 2022, am Seidenen Faden. Da geht es eben tatsächlich auch um die Seidenstraße, die berühmte, in der China versucht, weltweit Einfluss zu erlangen. Und gleichzeitig auch darum, dass unsere Welt gerade ziemlich am Seidenen Faden hängt. China und Indien sind Rivalen. Die USA versucht, China niedrig zu halten. Das kann alles sehr leicht eskalieren. Im Himalaya stehen sich in 4.000, 5.000 Metern Höhe Inder und Chinesen gegenüber und kämpfen und sterben. Jetzt, während wir hier sprechen, ist alles hier nicht wirklich bekannt. Im südchinesischen Meer, im Indischen Ozean gibt es Probleme. Taiwan hängt so ein bisschen als Damoklesschwert, wird China Taiwan angreifen. Und aus all dem habe ich einen Krimi gemacht, wo Cora in Anschläge verwickelt wird, im Himalaya. Sie ist an diesem heiligen Berg, Kailash heißt der, der ist im Westen Tibets. Den darf man nicht besteigen, weil er heilig ist. Man darf ihn aber umrunden, einmal drum herumlaufen. Das ist das, was ich auch gemacht habe 2018 mit ein paar Freunden. Da sind wir dann eben auf 6.000 Meter gelaufen, Tracking. Und die Cora ist da. Es spielt auch in Myanmar, im früheren Burma. In Indien natürlich wieder. Also wieder viel Action, Punkte auf der ganzen Welt, Orte. Auch das alles sachlich recherchiert und wahre. Plus ein bisschen James Bond hinzugefügt. Und da mache ich viele Lesungen, wie Sie richtig sagen. Nicht nur in Heidelberg, sondern ich war auch hier in München zu Lesungen, in anderen Städten, auch im Ausland. Ich bin bei Rotary und Laiens unterwegs und so weiter. Also es gibt sehr viel Interesse an dem Thema, weil es uns ja auch gerade betrifft. Und ich denke, wenn man das in Form eines Krimis liest, vielleicht am Pool oder im Bett oder im Flugzeug, nebenher im Urlaub, dann lernt man einerseits viel, wird aber auch dabei unterhalten und bekommt subtil so ein bisschen Bildung untergejubelt. Und das ist ein bisschen das, was ich versuche. Den Leuten Wissen über die Regionen zu vermitteln, aber auf unterhaltsame Art und Weise. Nicht mit dem Zeigefinger, aber doch so, dass sie nachher mehr wissen als vorher. Weil ich denke, dass Asien, dass dieses Jahrhundert das Asiatische sein wird. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht. Wir haben schon genug Sorgen mit Russland, Ukraine, Gas und so weiter. Also ich bringe da nochmal Probleme rein, was die Stimmung in den Lesungen nicht unbedingt immer erhöht. Aber es gehört doch irgendwie dazu, sich zu informieren. Und ich denke, wir müssen unseren Blick viel mehr denn je auf Asien richten und zumindest verstehen, was da passiert. Und da können meine Krimis vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten. Herr Vermeer, Sie sind verheiratet mit einer Rheinländerin. Eben haben Sie es schon anklingen lassen. Sie hat gesagt, schreibt doch einfach mal den Roman, probiere es aus. Dieses Motto, es hätte noch immer Jod gegangen, können ja die Rheinländer ganz gut nach vorne bringen. Ist Ihre Frau Inspiration für Sie? Ja, natürlich. Also für den eher etwas vielleicht trockenen, konservativen Sauerländer ist natürlich so eine rheinländische Frohnatur erstmal ein Schock. Ja, also die sind etwas anders drauf als ich, ganz vorsichtig formuliert. Und das ist natürlich eine Inspiration. Natürlich gibt es da ganz viel Kraft, um nicht zu sagen Druck von zu Hause. Und das hat sich übertragen. Und unsere Kinder sehen da, glaube ich, diese beiden sehr unterschiedlichen Pole auch zu Hause, was natürlich sehr spannend ist. Also Sie tragen das, was Sie selber erlebt haben, auch noch weiter. Haben Sie schon mal mit Karneval gefeiert? Nein, das konnte ich bisher Gott sei Dank vermeiden. Meine Frau ist da 11.11. natürlich beginnt die Saison und das ist ein Highlight und das muss entsprechend gefeiert werden. Und das entzieht sich so völlig meinem Verständnis. Das finden auch Asiaten übrigens, um das nochmal kurz einzubringen, immer sehr witzig, weil Deutsche ja eher dafür bekannt sind, nicht fröhlich zu sein und wenig zu lachen und immer nur zu arbeiten. Dann aber auf Datum genau um 11.11. werden Sie plötzlich lustig für ein paar Wochen und dann ist auch wieder gut. Also wenn man sowas denen erzählt, das festigt eigentlich noch dieses Klischee von den doch sehr schrägen Deutschen. Und ja, unsere Kinder haben das so ein bisschen, glaube ich, von jedem etwas mitbekommen. Wir haben zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Unser Sohn Marc Aurel neigt dann vielleicht eher in der etwas ruhigeren Art mir zu, denke ich mal. Sehr ruhig, bedächtigt, überlegt und die Amelie ist dann auch sehr fröhlich und wie ihre Mutter und sehr kreativ auch. Und ich glaube, das ist eine super Mischung. Auch Neugierde und Entdeckertum, ist das an Ihre Kinder weitergegangen? Ich denke schon. Also ich war gerade jetzt auch präsent in meinem Lions Club und hatte als Motto Neugierde im wörtlichen Sinne, also Gier auf Neues. Finde ich ganz wichtig, dass man das ständig hat. Unser Sohn hat verschiedene Studien ausprobiert, Islamwissenschaften, war dann drei Monate in Beirut, hat Arabisch gelernt und dann Geschichte. Und dann jetzt macht er aber Eventmanagement, also etwas völlig anderes und ist immer wieder spannend, was kommt als nächstes. Und die Amelie hat nach ihrem Master in Entrepreneurship und Management Stuttgart und Lausanne ein eigenes Start-up gegründet. Sie stellen essbare Eislöffel und Rührstäbchen und ähnliches her, um Plastikmüll zu vermeiden. Das macht sie mit einer Freundin, zusammen mit der Julia. In Heidelberg haben sie ein Start-up mit zwischen zehn Mitarbeiterinnen, verkaufen weltweit essbare Eislöffel und Rührstäbchen. Nach Australien, Israel und Kanada Millionen, indem sie Kakaoschalen aufbereiten und also upcyceln und daraus essbares Besteck machen. Ein super spannendes Start-up, sustainable. Und was sie in diesen paar Jahren, vier Jahre, Besteh, das jetzt gelernt hat, ist unbezahlbar. Das wäre in keinem Unternehmen so gegangen, was sie alles kann, in welchen Bereichen sie unterwegs ist. Also sehr viel Neugier. Ich denke, das haben unsere Kinder beide mitbekommen. Und da ist natürlich diese rheinische Frohnatur, wenn ich das nochmal einbringen darf, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil ich bin ja dann oft eher vielleicht auch etwas konservativer und wissenschaftlicher unterwegs. Und da ist die Lisa natürlich ein fantastischer Counterpart. Ja, oder auch dieses, es ist noch immer gut gegangen. Also sich trauen, Dinge mal zu denken, vielleicht auch neu zu denken, anzupacken und auch so aus Klischees vielleicht auch mal auszubrechen. Genau, das ist eigentlich ihr Ding. Macht eigentlich Sachen, die ich so nie tun würde. Und da muss ich lernen. Sie sind 33 Jahre verheiratet und ich lerne ständig Neues von ihr. Und das ist einfach extrem spannend und belebend. Und ich glaube, eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ihre Reisen, unternehmen Sie dann da auch gemeinsam das Entdecken in die weite Welt hinaus? Oder ist das mehr so Ihr Ding geblieben über die Jahre? Es kommt etwas darauf an, wo wir hingehen. Also in Indien sind wir sehr oft zusammen, weil meine Frau Indien auch liebt, das Essen und die Menschen. Wir haben ja auch viele Verwandtschaften, die wir besuchen. Wir waren zusammen natürlich in Bombay, wir waren am Taj Mahal, wir waren auch in Ladakh, also im indischen Tibet. Die ganz extremen Sachen macht sie nicht mit, weil sie auch zum Teil die Höhe nicht so gut verträgt. Also bei drei, viertausend Metern ist dann auch gut. Und ich bin eben bis auf sechstausend gelaufen und auch Gott sei Dank problemlos. Und viele meiner Reisen, die ich früher gemacht habe, die habe ich dann auch alleine gemacht, also schon als ich noch Student war. Und ich brauche das ein bisschen, glaube ich, als Gegenpol. Ich plane jetzt schon die nächsten Reisen wieder nach Asien, sobald man das auch wieder darf, nach China, vielleicht an den K2, den zweithöchsten Berg der Welt. Und werde jetzt im Februar wahrscheinlich auch nach Nordindien gehen, dort nach Dharamsala, wo der Dalai Lama lebt und mich dort ein bisschen umschauen. Also ich brauche immer ein bisschen Abenteuer, das fließt dann auch wieder in den nächsten Krimi ein und komme dann wieder zurück in die Wissenschaft. Und meine Frau hält mich da sehr, sehr geerdet. Ja, jetzt haben Sie mir die Frage nach Ihren nächsten Projekten schon zumindest im Reisebereich vorweggenommen, Ihre nächsten Projekte wissenschaftlich betrachtet. Sie haben vorhin gesagt, wir sind vor einem asiatischen Zeitalter. Könnten Sie das noch ein bisschen für uns ausführen, wo Sie sagen, da sollten wir als westliche Gesellschaft unseren Augenmerkmal hinrechten. Da sollte es sich lohnen, aufmerksam draufzuschauen im Sinne eben des Lernen und des Beobachtens. Und vielleicht haben Sie auch noch einen Tipp, wie gemeinsames Verstehen und Miteinander gut gelingen kann. Ich denke, es ist völlig verständlich und nachvollziehbar, dass wir so in unserer eigenen Bubble leben, in unserer Blase. Wir haben Sorgen wegen Russland, Ukraine, wegen Gas, Klimathematik, Geflüchtete aus verschiedenen Ländern. Und jetzt noch ein neues Fass aufzumachen, sich auch noch über Asien Gedanken zu machen, das überfordert tatsächlich auch viele. Oder viele möchten das auch gar nicht. Aber nur weil wir den Kopf in den Sand stecken, hilft das ja nicht. Und in diesem Jahrhundert, es wird glaube ich nicht das asiatische Jahrhundert werden, es ist es ja schon. Also nicht Futur, sondern Präsens. Wir haben einen Großteil der Menschheit, die in Asien lebt. Der größere Teil der Menschen lebt in Asien, nicht in Europa. Und was 80 Millionen Deutsche denken, ist vielleicht gar nicht so relevant, wenn anderthalb Milliarden Chinesen andere Pläne haben. Wir kommen weg von diesem Unilateralismus, dass die USA die einzige Weltmacht sind, zu entweder, ich hoffe, Multipolarität, also China, Indien, USA, Afrika, andere Länder. Damit müssen wir uns beschäftigen. Wir wissen noch zu wenig davon. Wir haben potenziell große Auseinandersetzungen zwischen China und den USA vor uns, aber auch zwischen China und Indien. Wir haben jeweils anderthalb Milliarden Menschen. Was heißt das wirtschaftlich, politisch für uns? Und alles, auch wenn wir das Thema Klima nochmal ansprechen, alles, was da hinten passiert, betrifft uns ja auch. Ich kann nicht anfangen, in Deutschland den Müll zu trennen, wenn in China ganz andere Dimensionen an Umweltverschmutzung passieren, die wir aber auch den Chinesen nicht vorwerfen können, denn wir haben ja unsere Industrie teilweise dorthin exportiert. Also wenn Volkswagen in China Autos produzieren lässt und dann den Chinesen vorwirft, dass sie die Umwelt verschmutzen, ist das ja schon ein diskutabler Ansatz. Und über all das müssen wir etwas wissen. Und wir können natürlich die Menschenrechte kritisieren, wie sie in Tibet oder Xinjiang aus unserer Sicht nicht geachtet werden. Dann sollten wir aber fairerweise vielleicht auch Guantanamo und Abu Ghraib kritisieren, also was die USA in vielen Ländern der Welt tun. Und ich denke, über all das müssen wir reden. Darum geht es eigentlich. Und das versuche ich in meinen Krimis, aber natürlich auch in meinen Vorlesungen, wo ich jetzt eine Vorlesung habe, doing business in Asia. Was heißt das eigentlich? Das ist für viele Asien automatisch China, Korea, Japan, Indien, aber sicher nicht Saudi-Arabien und Israel. Das ist auch Asien. Also damit muss ich mich auch beschäftigen. Und ich möchte einfach, dass wir gerade in Deutschland versuchen, etwas mehr über den Tellerrand hinauszuschauen. Wir haben keine, wenn ich das noch sagen darf, China-Strategie der Bundesregierung. Wir haben keine in Brüssel. Und wenn Europa nicht gemeinsam auftritt, dann werden wir Probleme bekommen. Also wir brauchen mehr Kompetenz, in diesem Fall für Asien. Und das müssen wir unbedingt ausbauen. Denn es wird uns hier betreffen. Und wir können nicht sagen, wie das früher hieß, als ich jung war, wenn in Peking ein Kreis umfällt. Was interessiert das mich? Wenn er heute dort umfällt, habe ich das morgen im DAX abgebildet. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und nicht nur als Firma oder als Politikerin, sondern eben auch als Privatperson. Noch ein Reisetipp. Sie sind so viel durch die Welt gereist. Und für China- oder Asien-Anfänger, wo würden Sie mich als erstes hinschicken? Tja, da können wir einen eigenen Podcast machen zu all diesen traumhaften Zielen. Also natürlich momentan Indien, weil China derzeit, Stichwort Lockdown, Corona praktisch nicht zugänglich ist. Nordwestindien, Rajasthan, da haben sie fantastische Paläste. Das ist ein bisschen India-Light. Man muss ja nicht gleich mit den Slums von Bombay anfangen. Aber fährt so ein bisschen zum Palast der Winde. Das Taj Mahal, das sicher schönste Gebäude der Welt. Das kann man wunderbar machen. Muss man auch keine Angst haben. Alles safe. Ansonsten finde ich Tibet eine der spannendsten Regionen der Welt und der schönsten, die ich je bereist habe. Und zwar auch das chinesische Tibet. Ich war mit meinen Kindern im Basecamp von Mount Everest auf 5.500 Meter Höhe. Wir sind mit dem Zug gefahren von Shanghai, also von Meeresspiegel bis auf 5.500, also bis auf 3.500 Meter. Aber zwischendurch kann man immer 5.000 Meter über den Bahnhof. Wir sind den Brahmaputra, also den Yalung-Zangpo, wie der Fluss in Tibet heißt, entlang gefahren. Wir haben spannende Klöster gesehen, die Schriften beherbergen, die hunderte von Jahren alt sind. Und daneben sitzt ein Mönch und wach darüber, der aussieht, als hätte er sie damals persönlich eingeräumt. Also das sind alles schon fantastische Erlebnisse, die man kaum beschreiben kann. Ich war zweimal in Myanmar. Auch das ist ein wunderschönes Land mit interessanten, liebenswerten Menschen. Leider wieder in einer Militärdiktatur. Also Sie sehen schon, ich könnte gar nicht mehr aufhören, von Zielen zu schwärmen. Also wenn Sie es dann wirklich konkret haben wollen, fangen Sie an mit Indien, weil es auch oft von uns unterschätzt wird. Wir haben da Klischees von Armuts, Slums und Bollywood, aber das ist nicht das wahre Indien. Es ist in seiner Vielfalt unbeschreiblich interessant. Fangen Sie an mit Indien und dann fahren wir zusammen nach Tibet. Sehr gerne, da komme ich mit. Ich würde Sie jetzt gerne in einer indischen Sprache oder auf Chinesisch formvollendet verabschieden aus diesem Podcast. Das ist mir nicht möglich, aber vielleicht können Sie sich selbst aus diesem Podcast verabschieden in einer dieser Sprachen. Ja, sowas befürchte ich immer, dass man dann sagen muss, sag doch mal einen Satz. Ich sage einfach nur auf Chinesisch xie xie. Das heißt, Dankeschön. Ich freue mich, dass ich ein bisschen erzählen durfte und vielleicht bei dem einen oder der anderen ein wenig Neugier für Asien hervorrufen konnte. Ich glaube, das wäre schon sehr viel. Awareness heißt das ja so schön auf Neudeutsch. Also nochmal Chiche für das Interview. Chiche, sag ich auch und hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Akzentfrei, akzentfrei. Wer mehr zu Professor Manuel Vermeer erfahren möchte, der schaut einfach unten in die Shownotes dieses Podcasts. Dort finden Sie weiterführende Links zu seinem Werdegang, seinen Projekten und auch zu seinen Büchern. Ich danke ihm herzlich für das Gespräch und mehr von ihm über die Wertesysteme in China und Indien in den RHI-Kontexten, dem Videoformat auf YouTube des Roman Herzog-Instituts. Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Mayer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman Herzog-Instituts. Zu hören? Überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!